Daumen hoch und das gleich doppelt. Hier haben ganz offensichtlich welche Spaß. Nur selten haben wir ja Prinz Jacques so ausgelassen gesehen. Ein breites Grinsen ziert sein Gesicht. Die Bäckchen sind bis ganz nach oben gezogen. Hier scheint er einen echten Endorphinrausch zu haben. Kein Wunder, der Themenpark hat ja einige Überraschungen zu bieten. Neben ihm Mickey Mouse Mini sowie Papa Fürst Albert und Schwesterchen Gabriela. Die 7-Jährige zeigt sich in einem süßen Jeansrock, einer bunten Jacke und einer blauen Brille, die sie offenbar erst seit kurzer Zeit trägt und ihr ausgezeichnet steht. Zugegeben, etwas schämisch sieht die Tochter von Fürstin Charlene damit schon aus. Auf ihre geliebte Mama muss Gabriela an diesem Tag verzichten. Bei dem Besuch zum 30. Jubiläum im Disneyland ist die 44-Jährige nicht dabei. Dafür aber Papa Albert, der sich schützend und ganz stolz hinter seine Zwillinge stellt und dabei auch sehr amüsiert und amüsant zugleich aussieht. Denn auf einem Schnappschuss wird doch glatt das Dach des Disney-Schlosses zu einem Hütchen für den Fürsten.